Also, zum Wohl. Zum Wohl. Was machst du? Du musst fit sein für deinen nächsten Kampf. Deine Fitness kommt zuerst. Also solltest du aufhören zu trinken. Ja, sehr gut. Hey, Boss, Sie hätten sehen sollen, wir diesen Typen... Geh mit dem Champ und amüsiert euch etwas. Mädchen, hm? Auf ihre Rechnung? Auf meine Rechnung. Dann entschuldige dich dran. Viel Spaß. Killer, komm. Kannst du bitte hingehen und ihm den Arsch aufreißen? Kein Problem, Madame.